Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um die Fähigkeiten der Zirbeldrüse, die ich selbst erfahren habe und ich mittlerweile festgestellt habe, dass diese Erfahrungen schon sehr lange zurückliegen, ich das aber so bewusst nie wahrgenommen habe und auch das gar nicht hinterfragt habe und jetzt aber dadurch, dass ich mich in diesem Bereich sehr stark informiert habe, selber eben Erfahrungen auch ganz bewusst gemacht habe, das Ganze nun deuten kann. Ich möchte in diesem Video auf meine eigenen Erfahrungen diesbezüglich eingehen, weil auch immer wieder die Frage von euch kommt, von Einzelnen, was hat man denn für Fähigkeiten, wenn man die Zirbeldrüse aktiviert, was hat man für Vorteile und welche Übungen, welches Training ist dafür notwendig. Zum letzten Teil werde ich nochmal ein separates Video machen, in dem ich Übungen und Training erkläre. Der Hintergrund meiner Erzählung ist, dass ich in den letzten Tagen selbst mal meine Erfahrungen geschildert habe in meiner privaten Telegram-Gruppe. Werbung an dieser Stelle, wenn ihr die Stufe 3 der YouTube-Mitgliedschaft aktiviert, dann habt ihr die Chance, in die Telegram-Gruppe reinzukommen. Dort findet immer ein reger Austausch statt über verschiedenste Themen, das heißt über Spiritualität, über Gesundheit, teilweise Persönlichkeitsentwicklung. Da ist immer was los und das macht richtig Spaß, da mit euch zu kommunizieren. Dort habe ich meine Erfahrung reingestellt und habe einfach mal die anderen gefragt, wie sie das sehen und was sie dazu meinen. Und dann fand ich es ganz interessant, dass einer sich gemeldet hat an dieser Stelle. Liebe Grüße, du weißt sicherlich, wer gemeint ist. Und hat gesagt, dass er dasselbe immer wieder erfährt, aber das auch früher, beziehungsweise auch jetzt, noch nicht richtig zuordnen konnte, bis zu dem Zeitpunkt, als er das von mir empfohlene Buch gelesen hat, die spirituelle Dissoziation von Jonathan Dylas. Und ja, dadurch hat er jetzt auch viel mehr Bewusstsein erlangt über das, was er da im Prinzip erzeugen kann, wie das auch bei mir der Fall ist. Jetzt fange ich aber mal an zu erklären und zu erzählen, was ich genau meine. Es ist so, dass schon bestimmt seit sieben oder acht Jahren es bei mir immer wieder vorkommt, dass ich in eine Art Trance falle. Nicht einfach so mitten am Tag, sondern das war zumeist immer, wenn ich entweder nachts aufgewacht bin oder aber, wenn ich schlafen wollte. Dann hat sich eben dieser Zustand zwischen Wach und Schlaf eingestellt, also kurz vor dem Einschlafen. Und viele wissen ja, dass es sich hier um einen Trance-Zustand handelt, der genauso gut angewendet werden kann über die Hypnose. Unser Gehirn geht dann in einen anderen Zustand, das kann man auch im EEG messen. Und genau in diesem Zustand habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich, so gesehen, mir meinen eigenen Spielfilm kreieren kann. Wie muss man das verstehen? Jeder, der träumt, ist in einer parallelen Realität. Er kommt wieder in seine Realität zurück, wenn er aufwacht. Im Traum gibt es verschiedenste Szenarien, die ablaufen können. Der große Unterschied zu dem, was ich jetzt erklären werde, ist, dass du diesen Film siehst und diesen Film erlebst. Das Ganze kann sehr aufregend sein, du kannst dich glücklich fühlen, du kannst aber auch sehr traurig sein, du kannst Angst haben durch sogenannte Albträume. Du erlebst das Ganze und es läuft vor dir ab. Und vor allem, was ganz wichtig ist, du schläfst dabei. Du bekommst das nicht mit. Du träumst ja, bist in dieser parallelen Realität. Das, was bei mir aber der Fall ist und was auch scheinbar bei sehr vielen anderen Menschen möglich ist, ist, dass ich diesen Film, dieses Spiel mir selber gestalten kann. Das heißt, ich erzeuge mir meine eigene Realität und weiß aber auch, dass ich das genau in diesem Moment auch tue. Ich bin in diesem Zustand wach und ich kann auch per Knopfdruck das Ganze wieder abschalten und kann dann die Augen aufmachen und bin ganz normal da. Und das hat mich lange, lange Zeit verfolgt, in dem Sinne, dass ich das immer wieder hatte, aber mir gar nicht großartig Gedanken gemacht habe und ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, das Ganze so gesehen bewusst herbeizuführen. Dann habe ich das Thema so ein bisschen wieder verloren und jetzt kam es in den letzten drei, vier, fünf Wochen wieder sehr, sehr stark auf. Das heißt, für mich nehme ich das so wahr, dass ich meine eigene Realität basteln kann. Ich kann so gesehen mit meinen Gedanken oder mit etwas anderem, das weiß ich selbst nicht so ganz genau, meine Realität bestücken mit unterschiedlichen Dingen. Man kennt es ja von dem Manifestieren durch Visualisierung. Das heißt, du schließt die Augen und stellst dir verschiedenste Dinge vor, wie jetzt beispielsweise, dass da ein Baum steht, dass da ein Fluss fließt, dass da vielleicht ein Wasserfall in der Nähe ist, den du gleichzeitig auch noch hörst. All diese Dinge sind Manifestationen durch Visualisierung. Hierzu benötigt es auch schon eine sehr gut funktionierende Zirbeldrüse. Das, was ich aber meine, ist einfach nochmal eine oder zwei Stufen höher von dem, wie das Ganze auch wirkt. Denn es wirkt absolut real. Es ist nicht so, dass ich nur Umrisse sehe, sondern das ist einfach ein Film, bei dem ich überall etwas einfügen kann. Die Geschichte dahinter, die ablaufen soll, die kann ich mir auch komplett frei gestalten. Und das Ganze wirkt dann auch, als würde die Intuition da mitspielen. Denn wenn ich etwas erlebe und mir dann denke, ach ja, das wäre auch ganz cool, das jetzt so zu erleben, dann geht diese Geschichte genau in diese Richtung. Das heißt, meine Intuition oder eben meine Gedanken, die da hinwollen, erzeugen dann diese Realität, die ich dann sehe mit geschlossenen Augen. Ich weiß, es gibt auch Menschen, die das hinbekommen mit offenen Augen. Zu diesem Standpunkt oder zu diesem Prozess bin ich noch nicht übergegangen und habe das bisher nur mit geschlossenen Augen so realisiert. Und was sehr, sehr gut ist, dass ich diesen Zustand herbeirufen kann. Mit dem Herbeirufen meine ich nicht wortwörtlich, sondern ich weiß, wie ich in diesen Trance-Zustand komme und weiß, wie ich in diese Realität komme, die ich mir selber erschaffen kann. Das funktioniert mit dissoziativem Denken, also nicht denken, bis man in diese Realität kommt. Und dann kannst du tatsächlich mit deinen Gedanken, mit deiner Intuition all das steuern. Warum erzähle ich euch das? Erstens, es ist unglaublich spannend, es ist unglaublich interessant, so etwas zu machen, zumindest empfinde ich das so. Zweitens, es ist eine Möglichkeit, sich sehr, sehr viel zu erklären, was drumherum passiert. Alleine das Thema Traumzustände, alleine das Thema Astralreisen, wo ich jetzt auch weiterhin übergehen werde und schauen werde, was sich in diesem Bereich für mich bewerkstelligen lässt. Weil es ist für mich eine Mischung aus einer Astralreise in Kombination mit einem luziden Traum. Weil bei einem luziden Traum, da weiß ich ja auch, dass ich gerade träume, aber da bin ich ja in einem Schlafzustand. Und das, was ich erfahre, befindet sich in einem Wachzustand, weil ich das Ganze auch direkt beenden kann und die Augen aufmache und es ist wieder vorbei. Das heißt, ich muss dafür nicht schlafen. Ich befinde mich da in einem sehr, sehr tiefen Trance-Zustand, wie gesagt, den ich auch erzeugen kann, durch Nichtsdenken, was unglaublich schwierig ist, wo man sehr viel Zeit auch benötigt, aber auch eine Technik, mit der man das hinbekommt, dass die Gedanken nicht die ganze Zeit da sind. Weil eine Sache muss man verstehen, das habe ich auch in einem Livestream schon mal erklärt, Der Körper, der physische Körper, möchte nicht, dass die Seele, so gesehen, sich befreit und höher aufsteigt. Dadurch werden alle Schutzmechanismen aufgefahren. Menschen bekommen Angst, Menschen bekommen Panik, Menschen bekommen sehr, sehr negative Gedanken und generell bekommen sie Gedanken von überall her. Sehr kreative Gedanken, sehr viele Gedanken, die einen ablenken sollen, in diesen Zustand zu kommen. Und da ist es eben die Kunst und auch die Übung, das zu überwinden, sodass man in einen gedankenleeren Zustand kommt. Und dann geht es relativ schnell, also es sind so circa 5 bis 6 Sekunden, die man braucht, um dann in diese erschaffene Realität zu kommen. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, ob du denn sowas schon mal erlebt hast. Ob du vielleicht Freunde und Bekannte hast, die dir sowas schon mal erzählt haben, dass sie sowas erlebt haben. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, hört sich das für dich interessant und erstrebenswert an? Lass es mich doch wissen in der Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dir einen Mehrwert geboten hat, dann würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und solltest du Freunde und Bekannte haben, die eventuell auch mehr an ihrer Spiritualität arbeiten möchten, dann teile diesen Personen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.